Oh mein Gott, diese 99er Karte gibt es wirklich, wenn ihr den Evo Glitch benutzt und ich zeige euch jetzt Step by Step, was ihr für diese 99er Karte machen müsst. Offiziell könnt ihr diese Karte nur bis zu einem 88er Rating evolutionieren, aber wir dribbeln mal wieder das System, speichert euch dieses Video ab, damit ihr die Evolution später Step by Step nachmachen könnt und nichts falsch macht. Step 1, ihr braucht natürlich seine ganz normale Bronze Karte. Step 2, ihr packt den in die Haltet dagegen Evolution, die ist nur noch für 23 Stunden freischaltbar, macht diese komplett zu Ende bis Level 2, aber holt die Belohnung nicht ab, sondern lasst sie 7 Tage ablaufen. Step 3, wenn die Evolution abgelaufen ist, packt ihr die Karte in die schnelle Entwicklung Evolution, macht die bis Level 4 zu Ende, aber auch hier holt ihr Level 4 nicht ab. Step 4, packt den Spieler in die neue unerwähnte Totti Held Evolution und erst dann in Step 5 holt ihr die...